Liebe Schülerinnen und Schüler, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde die heutige Jugend so richtig langweilig. Die meisten jungen Leute sitzen nur noch vor dem Computer, spielen mit ihrem Smartphone. Ich bin überzeugt, du, genau du, du bist da ganz anders. Du wagst auch einmal ein Experiment und traust dir selber etwas zu. Ich bin überzeugt, du bist bei uns am Aventinus-Gymnasium, genau richtig. Christoph, du es nicht! Frau Kollegin, für die Wissenschaft müssen Opfer gebracht werden. Was unsere Schule auszeichnet, ist große Hilfsbereitschaft und Kameradschaft zwischen Eltern, Schülern und uns Lehrern. Christoph, halte durch, ich komme! Wir am Aventinus-Gymnasium legen viel Wert auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Wir machen viele Experimente, achten aber auch darauf, dass wir nicht verschwenderisch mit unseren Ressourcen umgehen. Bei uns am Aventinus-Gymnasium wird nämlich auch nichts weggeworfen, um den Schülern den Wert und die Schönheit der Natur zu vermitteln. Komm, mein Freund, ich zeige dir und unseren zukünftigen Schülern die Natur- und Technikräume, wo ihr euch nächstes Jahr sicherlich sehr wohlfühlen werdet. Und das sind unsere Natur- und Technikräume, in denen wir lernen und experimentieren. Und das ist dein neuer Freund, mit dem du dich im neuen Schuljahr sicherlich sehr gut verstehen wirst. Und, liebe zukünftige AVGler, wir würden uns sehr freuen, wenn wir dich im neuen Schuljahr hier in diesen Räumen begrüßen dürfen. Vielen Dank.